Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab März 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Oberkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 47 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 995 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.